Willkommen, ihr gütigen Menschen, zu einer weiteren wunderschönen Runde Total Warhammer. Diesmal wieder eine Live-Schlacht, in die wir uns stürzen und befinden uns im Spiel gegen UiCore. Herzlichen Glück umbenannt, ich hab keine Ahnung, was er jetzt gerade heißt. Könnt auf dem Discord nachgucken, kursiert es aber nicht. Wir sind in einem Spiel, am Ende des Jahres, in einem Tournament, in dem ich mich überstürzt angemeldet habe ohne auch nur eine einzige Schlacht in den letzten Tagen zu spielen. Ja, dann ist es halt so. Ich hab die Tiermännchen, mein Gegner hat Kemri zu allem Überfluss, was die Sache nicht unbedingt vereinfacht. Aber wir werden sehen, was uns diese Schlacht bringt. Ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher, wie ich hier meinen Plan habe und mache und tue. Ich denke, wir werden hier durch den Wald vorrücken. Ein paar versteckte Einheiten, noch mehr versteckte Einheiten. Dann tun wir unsere Kühe alle hier auf die Seite stellen, weil die sichtbar sind. Und euch hier tun wir wahrscheinlich auch hier hinstellen. Oder stellen wir euch sichtbar, ich glaube wir stellen euch sichtbar dorthin. Damit er weiß, was Sache ist. Ja, schade, dass ich ihn nicht dorthin stellen kann. Wir werden den Magier dorthin buxieren. Und den Anführer dahin. Und dann hoffen wir, dass wir ihn jetzt von allen Seiten so ein bisschen in Beregnis bringen können. Wenn uns das gelingt, haben wir auf jeden Fall schon einiges gekonnt. Und jetzt darf vor allen Dingen hier keine Einheit drin stehen. Und das wäre ziemlich fatal. So, ich bin ready. Good luck, have fun. Könnte jetzt in einem absoluten Debakel enden. Wie gesagt, wenn er das Richtige mit hat, dann wird es jetzt generell schon nicht einfach, weil Khmeri einfach ziemlich stark ist. Generell untote Fraktionen gegen Tiermenschen sind relativ stark. Weil man braucht eigentlich diese Massenflucht, die man auslöst, wenn man auf den Gegner trifft. Vielleicht stellen wir uns sogar dort hinten auf. Ich meine, das sind relativ schnelle Einheiten, die kriege ich wahrscheinlich sogar noch weg. Ah, dann sind deckt. Shit. Shit fucking hell. Okay. Eingreisung, lasset beginnen. Er hat Uschaptis an rauen Mengen und trifft damit auch unfassbar gut. Scheiße. So, hier rücken wir unsere Jungs nach vorne. Wir wollen definitiv im Wald kämpfen. Das ist schon das, was wir tun wollen. Schwerträger am weiten Bogen. Ihr auch. Ich kriege eine unschöne Sache hier ab. Ihr rückt weiter vor. Zack rein, zack rein, zack rein, zack rein. Was ist das? Kruftwache. Kruftwache ist nicht schön, die muss weg. Also weg. So, hier stürmen wir kurz in die Hellebarden rein. Ganz einfach, um uns zu beschäftigen. Unsere Einheiten hier von hinten bitte nähern. Bitte einmal die Superpower aktivieren. Ja. Ah, okay. Ist jetzt weniger erfreulich. Einmal hier rein. Hier wieder raus. Hier weiter vorrücken. Kruftwache schwächen. Kruftwache schwächen. Schlangenkrieger beschäftigen. Erschießen. Und rüber in die andere Einheit. Kruftwache töten. Sehr schön. Das hat mir gefallen. So, der ist so gut wie erledigt. Dann geben wir mit ihm hier noch den Rest. Ihr dürft auch dazukommen. Der ist zerfallen. Schöne Sache. Ja, ihr könnt jetzt eigentlich auch wieder da rausgehen. Ihr könnt dazukommen. Wir müssen jetzt hier uns mal ein bisschen umdienen. Burschen. Oh, das sind ja ganz schön viele. Das haben wir noch lange nicht gewonnen. Das haben wir noch lange nicht gewonnen. Ah, die Schlangen leben auch noch. Sieht es eigentlich aus. Okay, die haben wir eigentlich schon ziemlich gut runtergebracht. Mein Lord geht das jetzt so verhältnismäßig unschön. Wo ist eigentlich mein Zauberer? Kriegt jetzt mal einen schönen, fetten Debuff rein. Ich stürme die mal weg. Ei, 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 ei. Nichts rücken, schießen. So, mach die mal bitte weg. Der hier geht gut kaputt. Dann verwickeln wir noch ein bisschen mehr in den Nahkampf. Gut, die sind zerfallen. Weiter mit den Tiermenschen ran. Die zerfallen auch. Und da haben wir die erste Schlacht für uns gewonnen. Ha. Recall hieß er. Okay. GG, Recall. Das war der erste Streich. Lief an sich ziemlich gut. Ich finde die Grabjäger halt echt nicht gut. Und die waren auch nicht gut eingesetzt worden. Auch sein Zetra hat er jetzt in den Wald geschickt. Da konnte er jetzt nicht so viel anstellen. Er hat zwar meine Infanterie zum Fliehen gebracht, aber meine Infanterie war nur da, um zu nerven. Die eigentlichen Verursacher von Schaden waren wirklich die Ungors und die Minotaurinnen. Und natürlich auch die Sentigors, die ein bisschen abgelenkt haben. Eigentlich bin ich mir gar nicht selber so richtig sicher, wie ich das jetzt so gut hingekriegt habe. Weil mir nicht so richtig klar wird, wie ich eigentlich so viel Schaden angerichtet habe. Es muss wirklich ein gutes Zusammenspiel gewesen sein. Weil generell war meine Armee jetzt eigentlich nicht so super stark. Selbst die Minotaurinnen haben halt nicht viel Schaden gemacht. Aber meine... Mein Schaman hat ein paar gute Pendel rausbekommen, auf jeden Fall. Das war schon eine ganz neckische Sache. Ja. GG. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht schneide ich sogar zwei Sachen zusammen. Mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.